Ich lerne Deutsch. Nummer 9314 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich kann nicht arbeiten, wenn du bei mir bist. Geh zur Oma. Ich kann nicht arbeiten, wenn du bei mir bist. Geh zur Oma. Die Hexe liest in einem alten Buch über vergessene Hexenkunst. Die Hexe liest in einem alten Buch über vergessene Hexenkunst. Der Kurier übergibt dem Empfänger das Paket persönlich an der Haustür. Der Kurier übergibt dem Empfänger das Paket persönlich an der Haustür. Der Kurier übergibt dem Empfänger das Paket persönlich an der Haustür. Die Autorin des Buches erklärte, sie habe sich von ihren eigenen Lebenserfahrungen inspirieren lassen. Der Globus ist vom Flohmarkt. Ich habe nur 10 Euro bezahlt. Der Globus ist vom Flohmarkt. Ich habe nur 10 Euro bezahlt. Der Globus ist vom Flohmarkt. Ich habe nur 10 Euro bezahlt. Ich wollte schon immer dieses alte Schloss besuchen. Jetzt ist es endlich soweit. Ich wollte schon immer dieses alte Schloss besuchen. Jetzt ist es endlich soweit. Ich wollte schon immer dieses alte Schloss besuchen. Jetzt ist es endlich soweit. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann ist es endlich soweit. Und dann ist es endlich soweit. Und dann wird das erste Schloss besuchen.